It's a me, Silinkario. Schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei meinem Let's Play zu Super Mario Maker. Ausgerüstet mit drei Paketen Taschentüchern, ein paar Hustenbonbons und Tee ohne Ende. Ja, ich bin immer noch erkältet. Stürzen wir uns jetzt in Monty's erstes Reich. Das Level kommt von Simon auf YouTube unterwegs unter dem Namen Shihimi Joke. Und er schickt mir dieses Level ein. Acht, äh, ne, doch, acht Leute haben es bisher probiert. Abschlussrate liegt bei 2,98%. Ein Weltrekord liegt bei 54 oder knapp 55 Sekunden. Herausforderung angenommen, würde ich sagen. Was war es jetzt? New Super Mario Bros. U-Style, oder? Kann das sein? Ja, okay. Wow, damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ja, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Soll mich aber nicht davon abhalten, hier ein bisschen Mario Maker zu spielen. Ey, cool. Das war ja ein kleines Wop. Ein kleiner Tipp, die Münzen. Ach du Houdi, Heckfrau. Ja, ich weiß, wo das hier... Oh Gott, ich hasse Monty's. Die kommen immer so... Okay, bisher geht's. Bisher geht's. Was haben wir hier? Ah, shit. Und hier bestimmt... Ne, hier ist ein Pilz drin. Hau ab, danke. Wie gesagt, ich bin immer noch erkältet. Aber ich habe mich jetzt die letzten Tage ausgeruht. Habe gar nichts aufgenommen. So langsam wird's dann doch... Ach, Mist. Ich dachte, die Blöcke gingen kaputt. Aber gehen die ja gar nicht. Ich habe mich jetzt genug ausgeruht die letzten Tage. Habe aber Lust, ein bisschen Mario Maker aufzunehmen. Muss auch noch Splatoon aufnehmen. Also wenn sich meine Stimme ein wenig krank anhört, dann liegt das darin, dass ich A krank bin und B sowieso krank bin und C erkältet bin. Gut. Und jetzt weiter im Text. Also ich weiß so langsam, wo es hier... What? Ja, das war Skill. Das war richtig... Was kommt denn hier eigentlich? Achso, jetzt kommt eine Feuerblume raus. Okay. Das war ja cool. Okay, hier kann ich einfach so einen Spin Jump drauf machen. Ah. Mal einen Abflug. Nein. Da geht mir dann dezent... Wie heißt der... Nenn mir den einfach Feuerschnitzel. Und der ist nicht gesprungen. Der Haudegen, du. Der Haudegen ist nicht gesprungen. Verdammt nochmal. Aber dafür... Also das Level heißt ja Monty's Reich. Und das hat das Thema ganz gut getroffen. Wir sind in der Höhle. Bekannt, da hat ein Monty ja ihren weltberühmten Super Mario World Auftritt. Und hier werden mit allerlei Monty's gespammt. Gefällt mir. Ach, gefällt mir nicht. Und jetzt... Nein, gib mir die Feuerblume. Ja, deswegen habe ich mich jetzt gerade so beeilt. Sonst wäre ja wieder nur ein Pilz rausgekommen. Okay, jetzt aber ein bisschen Vorsicht walten lassen. Ja, ich bin erkältet. Deswegen, daran liegt das. Ey. So. Haben wir das erledigt? Haben wir das? Gut. Und jetzt mal auf ein neues. Ja, mit Power-Ups wurde nicht gespart. Das gefällt mir. Hier war doch gerade... Ach du. Ja, ist doch mal ein Steak weniger, mein Freund. Ha. Dann ergeht es dir so... Nicht vielleicht, wollte ich sagen. Keine Ahnung. Okay. Ist hier oben eine Falle? Weiß nicht. Ich nehme einfach mal den... Checkpoint. Komm her. Komm her. Ha. Nein. Oh, da hat noch geklappt. Holy Hackfly. Ach, die kommen auch von oben, ne? Okay, ich habe mir das... Irgendwas zeigen wollen. Da war ja gerade so eine Art Kreuz durch die Münzen. Aber hier ist jetzt nichts, ne? Ne. Gut. Gehen wir doch mal in die Röhre. Grüne Röhre. Mario erfüllt deinen Zweck als Klempner. Okay. Da unten ist eine Falle. Also wenn ich da unten reinkomme, habe ich ein Problem, ne? Aha. Kommt das Ziel? Kommt das Ziel? Okay, da unten wäre ich nicht tot gewesen. Ich dachte, hätte ja sein können. Okay. Und noch ein Checkpoint. Ja, super. Checkpoints sind schon mal fair gesetzt, wie ich finde. Also geht vollkommen in Ordnung. So wenig Checkpoints hatten wir im letzten Part diesen I-Level da mit den Star-Coins. Aber da habe ich den Kommentar gelesen, der Level wird vielleicht nochmal bearbeitet. Und dann kommt der Checkpoint ein bisschen früher, weil da war wohl einer. Nur ja, aufgrund meines geringen Skills bin ich leider nicht so weit gekommen. Aber hier sieht das schon wieder ein wenig anders aus. Ah, hier ist nur ein Pils jetzt. Okay. Wow. Okay, bis... Okay, will ich da unten rein? Ne, ich gehe einfach mal durch die Tür. Ach, den muss ich erledigen. Achso, ich dachte, ich muss Kamek killen. Achso. Ah, ich komme oben raus. Ich habe es gesehen. Aha. Und das Ziel. Ja, wunder, Bärchen-Marmelähtchen. Da freue ich mich doch wie ein Schnitzel. Paniert und gebraten. Doppelseitig bitte, selbstverständlich. Ja, wie sonst soll man Schnitzel braten, oder? Ha. It's a me. Ja, ist klar, ne? Ist klar. Gut, Level beendet. Hat mir gefallen, war gut. Doch, war echt in Ordnung. Deine Zeit, 2 Minuten, 54 Sekunden. Da hat der Puls Homa aber richtig Hakengas gegeben. Stern vergeben. Gut. Dann suche ich doch mal den nächsten Level raus, meine Freunde. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Das nächste Level kommt von Tornado. Oder Tornado. Auf YouTube unterwegs unter dem Namen Mr. Tornado. Und er sagt erstmal Danke fürs Spielen. Also, das war vom letzten Part. Da habe ich auch ein Level von ihm gespielt. Dafür bedankt er sich. Und er schickt mir direkt mal ein neues, dass ich wieder Stuff für einen neuen Part habe. Gut. Ziel so nah und doch so fern. Das Ziel ist direkt vor meinen Augen. Okay. Der Weltrekord liegt bei 15%. Jetzt bin ich ja gespannt. Ist das so ein Kamek-Glitch, dass Kamek das Ziel wegzaubert? Kann das sein? Okay, okay. Achso, hier kommt das alles. Jetzt kommt hier bestimmt auch, ne? Ja. Okay. Aha. Okay, das ist so... Bisher verstehe ich wirklich nur... Shit. Bisher verstehe ich wirklich nur Bahnhof. Okay, ich muss mir da wahrscheinlich so einen Weg zu bauen, oder? Okay, dann machen wir doch erstmal hier alles kaputt. Hier war der nächste, ne? Ja, da ist einer frei. Jetzt kommen hier Peace-Switcher raus. Ah, der nervt da dezent, ne? Ganz dezent nervt der. Okay. Und jetzt? Was muss ich jetzt machen? Oh! Jetzt komme ich ja gar nicht mehr da durch. Hä? Warst du beabsichtigt? Weil jetzt habe ich ja... Ist mir voll vergeigt. Jetzt habe ich den Peace-Switcher weggekont. Normalerweise müssen doch die Blöcke zu Münzen verwandelt werden, oder nicht? Hm. Machen wir mal einen Neustart. Jetzt habe ich es mir ja gerade übel verbaut gehabt. Na ja, na ja. Ich weiß nicht, ob das so clever ist, dass ich die hier... So, was kommt denn jetzt da? Ein Pau-Block. Ja, die verschwinden jetzt gleich. Ich habe voll Angst hier. Ich meine, vom Design her ist das bestimmt hier total interessant. Aber irgendwie raff ich es gerade. Überhaupt nicht. Und der Bowser da oben geht mir dezent auf den Sack. Ne, ich verstehe. Jetzt habe ich mir das hier wieder verbaut, oder? Ne, noch nicht. Aber doch, jetzt gleich. Ziel so nah und doch so fern. Das ist jetzt schon wieder Fail, weil ich mir das jetzt hier wieder voll zugebaut habe. Machen wir direkt nochmal. Also bisher habe ich überhaupt keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ehrlich nicht. Ich würde ja gerne auf den da drauf gehen, aber das geht ja nicht. Machen wir hier erstmal die... Ja, kacke. Mann. Machen wir hier erstmal die Blöcke. Ja, und dann kann ich ja über den einen auch nicht springen. Oder warte mal. Ich habe mal eine Idee. Was ist denn, wenn ich... So, Moment. Eben warten. Ja, das nervt dezent, der Kugel Willi da. Der nervt dezent. Ich mache einfach mal rechts keine... Entschuldigung. Keine Blöcke hin. Oh, komm schon. Der nervt. Das ist irgendwie nervig. So, Moment. So, jetzt. Ja, tschüss. Wo ist der denn hin? Ne, du. Keine Ahnung. Ich gebe dir mal einen Stern. Äh. Ich muss irgendwie nach oben kommen, oder? Ja, ich probiere es nochmal. Aber der Bowser, der nervt halt. Und die Kugel Willis, das ist so ein... Geduldsspiel. Und ich habe keine Geduld für sowas. Dö, 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 dö. Auch wenn das Soundtrack natürlich legendär ist. So Schießt der? Danke Hau mal ab Ach komm schon Hau wieder raus Mann hier ist ja auch nix Und jetzt hab ich es mir wieder verbaut hier oder? Kann das sein? Ne keine Ahnung Ich mach mal den nächsten Level Stern hast du bekommen? Sorry hab keine Ahnung wie es gehen soll Dann würde ich sagen such ich mal das nächste Level raus meine Freunde Bis gleich Neues Level Neues Glück Das nächste Level kommt wieder von Alika Two Ways One Exit Das sieht doch schon mal wieder ein bisschen übersichtlicher aus Weltrekord hat Lai Lai 2 Minuten 38 ist ja Weltrekord Ach du Holy Hackfly Jetzt sitzt ihr jetzt hier 20 Minuten dran, wa? Ja lassen wir uns mal überraschen was das wird Oh je Fängt mit dem Hammerbruder an Mag die nicht Können ja bis jetzt nur hier lang Ist hier was Äh Nö wir gehen mal oben Wir ignorieren die Ranke mal Gehen einfach mal hier lang Ah Feierblume kommt mir entgegen Ist die Frage Jetzt muss ich das hier vielleicht mitnehmen Achso Achso Nein Ach kommt schon Das war halt zu dumm oder? Ja Ach shit Aber wir gehen glaube ich mal den oberen Weg Ist ein bisschen interessanter Zumindest sieht der einfacher aus Auf den ersten Blick Auch wenn ich das jetzt Vollkommen vergeigt Habe Zack Mal den Abflug Den ignorieren wir auch So So Feuerblume nehmen wir wieder mit Und Ja komm mal hin So 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 Kann was bis hier hin Gut Ich glaube ich gehe einfach mal oben drauf Weiß jetzt nicht ob das So clever war Ne war nicht Weil ich habe jetzt Aber habe ich geschafft Gut 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 Jetzt die Frage Alle Fragen Kann ich Den Münzen trauen Kann ich tatsächlich Okay Hier Ah Moment Da unten war noch was oder? Oder war da der sicherer Tod? Check Oh nein Gib mir den Gib mir den Gib mir den Toll Oh Gott sei Dank Aha Ah ja Ach du Holy Man muss ja hier Münzen sammeln Ach nö Kommt schon Gut Aber anscheinend sind die nur hier unten verteilt Zumindest Ja Macht das bis jetzt den Eindruck Wäre ja doof Wäre man Wenn man jetzt hingegangen wäre Und hätte die wirklich überall auf den ganzen Level verteilt Weil der Level ist ja riesig Und dann Two ways One exit Und dann beide Wege abklappern Um alle Star coins Wollte ich gerade schon sagen Um alle rote Münzen zu finden Wäre zu viel gewesen Aber bis jetzt geht's Moment Was haben wir hier War da oben was Ach ne Da haben wir nur eine Schlüsseltür Da komme ich nachher raus Denke ich ne Okay Schön die Augen offen lassen Oder offen halten What the hell Gut Eine noch Komm schon Gib sie mir Och nö Habe ich eine übersehen Echt Deswegen mag ich sowas nicht Äh Okay Wir hatten ja Gott sei Dank Ein Checkpoint Dann halten wir die Augen Mal weiter offen Ah Sowas mag ich ja gar nicht Wenn man dann noch Ach so da oben Ich seh sie Hab sie gesehen Hab sie gesehen Und jetzt verliere ich den Aber wieder Oder kann ich hier Ah Moment Vielleicht Wir probieren das mal Eben aus Und mit nem kräftigen Sprung Ne geht leider nicht Okay dann nehmen wir mal anlauf Und versuchen einfach mal groß zu bleiben Ihr kennt mich ja Ich verliere nachher eh nur ein Leben Juhu Gut Jetzt wissen wir ungefähr wo wir lang müssen So den brauchen wir Sammeln zwar die ein Danke Achso der geht Achso Der geht auch schon links Okay Ich wollte gerade jetzt schon wieder In meinen Tod springen Jaja das sind den Karioten Jetzt haben wir vier Gut die eine war ja da hinten nachher Die war relativ böse Und die Türbrücken Zahn glaube ich hier Über uns Ist das richtig? Die Schlüsseltür Ich glaube ja Hier oben meine ich Da Zack Da war ja vorhin eine Schlüsseltür Falls sie jemand gesehen hat So und jetzt Vorsicht warten lassen Sehr geil Zack Tschüss Oh Ja Gumbas Glück gehabt Ja die bringt uns da hier hin Und jetzt kann ich hier wieder In die Röhre gehen Und das Ziel Oder Ist hier noch was? Nein Gut Wunderbärchen Wunderbärchen Gefällt mir Gut Schön Äh Wollen wir noch ein Level machen? Ja Wir machen noch ein Level Gut Stern gibt es natürlich Komm Wunderbar Hat mir gefallen der Level Auf jeden Fall Hat einen Stern verdient Fast ein Weltrekord Aber nur fast Knapp daneben Ist leider auch vorbei Gut ich suche den nächsten raus Bis gleich So Da bin ich schon wieder Das nächste Level kommt von Machineplay Auf Monty's & Coins Ich bin gespannt Also ich habe laut eigener Aussage von Machineplay Sein schwierigstes Level Schon beendet Gott sei Dank Wer es nicht gesehen hat Schaltet gerne bei meiner Mario Maker Playlist rein Da war es dabei Ich weiß gar nicht mehr wie es genau hieß Es war auf jeden Fall ziemlich schwierig Ziemlich schwierig Ja Hier müssen wir wie viele? Drei Vier Fünf Oh ich kann zählen Fünf Münzen Müssen wir hier einsammeln Eine habe ich schon Gut Da unten würde ich rein Wie komme ich da unten rein? Aber hier ist jetzt nichts Böses versteckt oder? Dann halten wir mal Auch schon noch eine Röhre Wie zum Beispiel So einer Schade Das ist vielleicht eine Falle Moment Moment Ey Wo willst du hin? Mal einen Abgang Du machst einen Abgang Vielleicht kann ich ja Hier rein Ne Gut Dann halten wir mal Augen offen Ob vielleicht noch Eine andere Röhre kommt Ist das so ein Trick Und die Bringt mich nur zurück Wop Die bringt mich Nachher am Ende ist hier eine Röhre Die mich wieder dahin bringt oder? Ne? Okay Das war bestimmt nur so ein Trick Um mich jetzt vollkommen abzulenken Will ich hier rein? Weiß nicht Moment Achso Hier ist so ein One-Up Okay Was ist mit dir da? Nein Nein Ach verdammt Egal 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 Okay Was haben wir denn hier? Ist das hier ein Designfehler? Hättest du noch einen höher setzen müssen? Fällt mir jetzt mal so spontan ein Äh Auf Ein Äh Okay Da oben soll ich da reingehen? Ne Da kann ich ja so gar nicht rein oder? Geht ja gar nicht Ne Da oben ist doch nichts Okay Ich trau dem Schnitze hier nicht Wollte gerade sagen Da ist vielleicht was hinter der Wand versteckt Aber Das Element von versteckten Wänden Haben sie ja leider noch nicht eingebaut Würde gar nicht vorstellen Was es dann für Level hinterher gibt Echt Vielleicht so richtig schwierige Unmenschlich schwierige Ich find's ja schon übel Dass die das jetzt hier mit den Wetcoins reingebracht haben Wow Der war aber groß Was haben wir denn hier oben? Gar nix Okay Ah das war jetzt dumm Dass ich den glaube ich gekillt habe Oder? Ach naja alles gut Okay ich geh mal hier Gut 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 Was haben wir denn da oben? Frag ich mich Kommen wir da noch hin? Ich hoffe einfach mal Wop Boah bis jetzt bin ich Ach den hab ich jetzt gar nicht kommen gesehen Kommen gesehen Okay hier gibt's nur einen Pils Aber Powerups sind schon mal reichlich Gut Jetzt haben wir hier Nummer 4 Und der bringt mich jetzt zurück Aber wir haben doch immer noch nicht Die eine Star Äh die Star Wieso sag ich mal Starcoin man? Die eine Wetcoin Hm Oder komm ich jetzt am Anfang wieder Oder hab ich in der Röhre übersehen am Anfang? Ist höchstwahrscheinlich Weil ich übersehe ja ganz viele Sachen immer Ha So doof wie ich bin manchmal Manchmal meistens D-d-d-d-d-d-d-d Mal nen Abflug. Monty! Ziemlich zäh die ganze Geschichte hier. Ich geh mal nach hier oben. Okay, und jetzt geh ich mal hier drauf. Zack! Ja, sehr gut. Können wir die Monty's damit direkt so ausknocken? Und ich muss grade niesen. Oh oh. Schöner auf meinen Monitor am besten. Nein! Doch! Ja, ist mir hier ein bisschen zu zäh, wenn ich ehrlich bin. Ja, und jetzt fehlt echt eine Münze, ne? Ja, deswegen, das meine ich so. Deswegen mag ich diese Münzen, diesen Münzen-Kram zwar, aber wenn man einen übersieht und so schusselig ist wie ich, dann hat man voll gelitten. Oder muss ich echt in die Röhre da? Naja, da kann ich ja gar nicht rein, oder? Oh, nee. Oh, doch! Jetzt! Ah! Und? Jetzt? Ja! Was haben wir hier eigentlich wohl drin? Münzen. Oh, Gott sei Dank! Gott sei Dank! Ich dachte schon, ich muss den ganzen Level jetzt nochmal machen. Weil das ist ein Level, den spielt man dann wohl auch mal. Der geht ja. Ist halt ein durchschnittlicher Level. Also jetzt nicht negativ gemeint. Aber durchaus machbar und schaffbar. Und es kommt noch was? Oder kommen wir jetzt ans Ziel? Nee, das war's! Zack, One-Up gibt's geschenkt! Ja, vielen Dank für dein Level, war gut! Mario-Time! War mal wieder so ein richtig schöner... Ja, der hat an die Original-Spiel oder das Original-Spiel erinnert, würde ich schon fast sagen. Gut, gefällt mir! Das war's dann aber auch erstmal wieder für den heutigen Part. Und einen Stern gibt es natürlich oben drauf. Schon wieder einmal fast ein Weltrekord. Das heißt fast 20 Sekunden. Gut, das war's für heute. Mein Name ist Silinkario. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Würde sagen, denkt an den blauen Daumen. Bleibt gesund! Bis zum nächsten Klick, meine Freunde. Macht's gut! Ciao! Ciao!